Willkommen beim PS4 Magazin. Heute will ich euch kurz erklären, wie ihr mit der Firmware 2.0 auf der PS4 endlich die Musik, also eure MP3s während des Zockens anhören könnt. Das ist eigentlich ziemlich einfach, aber ein klitzekleiner Kniff ist dabei und zwar braucht ihr erstens einen USB-Stick, den denke ich mal habt ihr dann mittlerweile. Den müsst ihr in FAT32 formatieren, ganz wichtig, das seht ihr hier. Dann wiederum müsst ihr noch einen weiteren Unterordner erstellen mit Music, also mit C geschrieben, deswegen extra Music und nicht Musik. Ganz einfach, C seht ihr auch hier nochmal und dann kann es auch schon losgehen. Einfach abstöpseln vom Computer, an die PS4 anschließen und schwuppdiwupp geht es los, er wird automatisch erkannt und ihr könnt eure Lieblingssongs während des Zockens anhören. Also bis zum nächsten Mal, ciao!